Ja, genau. Kennst du hier Rasierschaum? Macht man das eigentlich noch beim Friseur? Kann man sich da rasieren lassen? Bei euch auch? Bei allen nicht. Nee? Aber das schaffst du. Es geht los. Ja. Es geht um 1000 Euro. Und das schaffst du, Gerhard. Los! Yeah, sagt er. So. Die Kandidaten haben noch drei Leben. Ich hoff's doch. Das Spiel beginnt. In drei, zwei, eins. So. Okay. Drin. Ja. Nur 30 Sekunden. Sehr gut. Nummer zwei. Jetzt. Stopp. Und nochmal neuen Schaum, oder was? Oder nee? Nee, nee, nee. Das dauert zu lang. Okay. Schnell. Du hast noch 20 Sekunden. Ruhig. Du schaffst es schon. Langsam, langsam. Langsam? Jetzt muss der drin sein. Langsam. Sehr gut. Sehr gut. Soll ich helfen? Yeah, das ist schon warm. Das ist einfach nicht Mustafa! Bill! Ach, wie gut! Bis zum nächsten Mal.